Du fährst einfach nichts an, dann ist es egal, ob du einen Ball draufkommst oder auch nicht. Die beiden Schimmelponnies von Sathya Kostloff spielen 35,00 Sekunden nach 2.0. Weiter, weiter! Kontrolle! Ja! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Komm! 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 Ich muss mir jetzt gerade erst mal angucken, was die gerade gemacht hat. Komm! 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 Komm!